Hallo, ja, ich war wieder ein bisschen shoppen und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Bei dem Wetter muss man ja einfach nur raus und ja, ich war halt mit einer Freundin, da habe ich mich getroffen. Ich hatte heute einen Zahnarzttermin und ja, da bin ich dann halt in die Stadt noch. Und weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich so ein großer Schisser bin vor Zahnarzt. Bei mir ist das wirklich, ich habe nicht einfach nur Angst, sondern bei mir ist das panische Angst, also richtig, richtig krasse Angst. Also mit Schweißausbrüchen schlecht werden und ganz, ganz schlimm ist das bei mir. Das rührt aber auch aus der Kindheit, weil ich dort ein ganz schlimmes Erlebnis hatte und das ist so traumatisiert. Und deswegen, also Zahnarzt ist bei mir ganz, ganz schlimm. Aber umso besser die Nachricht, dass er meint, ich habe super top Zähne, wurde halt nur so ein bisschen Zahnstein entfernt und ja, also Gott sei Dank, also ich scheiße mir echt in meine Buchse vor Angst, wirklich. Also das ist, kann man nicht beschreiben. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich bin Knuffi 2006, bei ihr ist das genauso. Sie kann da wirklich mitfühlen und ja, also es ist einfach nicht nur eine Angst, sondern es ist wirklich, wirklich krass. Ganz, ganz schlimm. Ja und dann, wie gesagt, war ich danach noch in der Stadt, weil der Zahnarzt ist direkt in der Stadt. Und ja, habe ich mit einer Freundin getroffen und wir waren halt ein bisschen shoppen und ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Ich war gestern schon eben kurz und habe mir bei Primark was geholt. Bei Primark, die haben im Moment so coole Sommersachen, also so richtig farbenfroh und man findet eigentlich immer was. Aber gestern, das hatte eine Puppe an und ich musste das haben. Ich weiß nicht, ob ich das als normales T-Shirt nehme oder ob ich das als Schlaft-T-Shirt nehme. Ich fand es aber einfach so süß und muss es haben. Bambi! Ja, ein Bambi-Shirt. Ist das nicht süß? Ein Bambi-Shirt. Ja, das habe ich mal gekauft. Das kostete 7 Euro. Also, das ist schon echt eigentlich teuer für ein Shirt. 7 Euro, aber ich fand das so süß. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, es hat mich angelacht und an der Puppe sah das ganz cool aus. Mit einer Jeans und mit einem Blazer vielleicht ganz cool kombiniert. Und ja, also ich bin im Moment eh so auf dem Trip. Ich habe, dass ich Jeans Converse anhabe und halt einen Blazer trage. Habe ich gestern gehabt, habe ich heute, habe ich auch wieder Jeans und hier so ein Oberteil. Dann habe ich noch einen dunklen blauen Blazer drüber gehabt und halt meine weißen Converse. Also, ich liebe die Kombi-Moment echt total. Ja, also das habe ich gekauft. Kommt auch noch in die Wäsche. Kann ich dann... Ups, so. Dann war ich am Samstag... Ähm... Ich gucke mal zwischendurch mal bei Only. Weil wir haben offenbar mal ganz coole Sachen und da habe ich auch, ähm, meine absolute Lieblingsjeans gekauft, die ich euch mal gezeigt habe. Die so eine Rohrenjeans ist und mit so zerfetzten Fetzen. Also, die halt ein bisschen kaputt ist mit so Löchern. Und ich liebe diese Jeans. Also, wenn sie die nochmal genau so in anderen Farben irgendwie bekommen würden, das wäre der Knaller. Ich liebe sie. Weil bei mir halt Röhrenjeans trotzdem immer noch ziemlich weit sind und die ist schon relativ eng für meine Verhältnisse. Ja, also die trage ich total gerne. Dann habe ich schon zwei Blazer mir gekauft dort. Aber halt nicht so der typische Blazerstoff, sondern so ein weicher, ja, so eine Art wie so ein T-Shirt-Stoff in dunkelblau und jetzt letztens einen schwarz. Und Tücher habe ich auch voll viele schon da gekauft. Und ich hatte jetzt letztens einen Gutschein bekommen im Wert von 10 Euro. Und den konnte man jetzt im Zeitraum von letzter Woche einlösen. Und ich habe halt jetzt, wie der Zufall das will, findet man da nichts, wenn man halt einen Gutschein hat. Und dann habe ich mir einfach einen Schlauchschal geholt. Der ist halt nicht so dick. Der hat halt so einen Schlauchschal, wie man die erkennt. Und der ist halt in rosa-grau. So. Und den gibt es, glaube ich, auch noch in blau-grau oder blau-rosa und, ich glaube, noch eine andere Farbe. Und ich finde die Farbe so für den Sommer jetzt ganz cool. So. Also, gerade jetzt so, wenn man halt gebräunt ist, wie ich, finde ich das ganz cool. Ähm. Ich bin ja sowas von scharf auf diesen Schlauchschal von Mira, Fernin Pilgrim. Und den hat sie von Gina Trikot. Und ich war heute, gleich erdrossel ich mich hier, live-Tutorial, wie ich mir hier das Leben nehme. Oder so. Geld und alles. Ich möchte den haben. Nachher habe ich 25.000 Schlauchschal. Nee, aber man kann ja irgendwie kommunizieren und dann kann man das schon irgendwie machen. Ähm, weil online gibt es den auch nicht, habe ich geguckt. Dann habe ich mir heute noch zwei T-Shirts gekauft bei Primark. Und zwar einmal das. Und das habe ich bei Erna gesehen, bei mein Jador. Ja, also das ist quasi jetzt wie irgendwie Unfix-Tag mit dazu. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das habe ich bei Erna gesehen, bei mein Jador. Das fand ich auch ganz cool. Hat gekostet 3 Euro. Da kann man nichts zu sagen. Also diese Basic-Shirts von Primark sind echt cool. Ja. Also das habe ich mir geholt. Very nice. Und dann habe ich mir noch das geholt. Ich liebe ja Grau. Also Grau ist schon... Also Grau, ähm, durchzieht schon mein ganzes Leben. Von Kindheit an. Das kann meine Mutti bestätigen. Ich stehe immer voll auf Grau. Graue Oberteile, Graue T-Shirts, Graue Pullis oder Milliert oder so. Schon immer. Ich weiß es nicht. Und dann ist mir das T-Shirt in die Hände gefallen. Das hat auch 3 Euro gekostet. So. Still drauf. I love me. Also, naja. Das Motto passt jetzt mal nicht so ganz. Aber ich fand das ganz cool. Mit diesem krassen pinken Aufdruck. Ja. Sieht man bei meinem Schwabbelkörper, glaube ich, eh nicht so. Dann war ich bei Kiko. Ach ne, ich war immer noch bei Primark. Ich habe gestern das Video von Diana0380 gesehen. Und Diana ist ja auch so eine Primark-Süchtige, die auch einen ganz coolen Stil hat, finde ich. So an Klamotten. Und bei ihr ist oft, dass ich die Tücher geil finde und mich dann auf die Suche mache. Und sie hat schon in anderen Videos von Duftkerzen von Primark geredet. Und die habe ich auch gerochen. Und die fand ich aber alle eklig. Und gestern hat sie die irgendwie hochgehalten, in die Kamera gehalten. Das ist so eine 3-Doch-Kerze. Und die finde ich, die riecht eigentlich ganz angenehm. Also, im Gegensatz zu den anderen Primarkerzen ist sie eigentlich ganz, ganz neckisch. Vom Geruch her. Also, ich weiß ja gar nicht, wonach die riecht. Das ist halt so eine 3-Doch-Kerze, wenn man das sehen kann. Und halt das Dödsinn ist sehr, also sehr ansprechend, ne. Kann man gut hinstellen. Und die hat 4 Euro gekostet. Soll 15 Stunden halten. Höhe 5,5 Zentimeter. Durchmesser 13,2. Also, wer die Daten jetzt gerne wissen möchte. Ähm, ja, irgendwas steht da mit Mokka. 4 Euro. Ich bin mal gespannt, ähm, wie die riecht, wenn man die anzündet. Weil, wer weiß, bei dem Preis, wer weiß, wer weiß. Und dann, und dann, habe ich das Video von Sandmily geguckt. Okay, ja. Unfixed Tag. Und Hall insgesamt, so. Ja, ich habe das Video von Sandmily geguckt. Vorgestern. Und die hat von einer Mascara. Von Kiko erzählt, die sich Topcoat-Mascara schimpft. Die soll man irgendwie über die normale Mascara drüber machen. Und das dann halt noch so den Effekt macht. Entweder Länge oder Volumen. Je nachdem, wie man sich entscheidet. Und, ähm, bei mir können ja Wimper nie lang genug sein. Und ich habe mich jetzt für die, ähm, für die Längen-Mascara entschieden. Und zwar False Lashes Concentrate, äh, Längen-Topcoat-Mascara. Also, das wäre dann halt die hier. Und die hat halt so ein komisches Bürstchen. Halt so ein Kugelchen hier. Und da sagte die Kiko-Dame, da sind wohl so Fasern mit bei. Da geht man halt nochmal an die Spitzen. Und das legt sich dann an die Spitzen und macht dann halt die Wimper noch länger. Ja, also, Sandmily ist davon begeistert. Und Mareile ist wohl auch begeistert davon. Aber ich weiß ja nicht, ob welche die davon haben. Ob sie die für Länge oder für Volumen haben. Aber für Volumen kann ich mir auch noch holen. Weil die ist gerade, ähm, Aktionspreis 3,90 Euro. Die Topcoat-Mascaras. Ja, also die habe ich mir geholt. Und, 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 und. Die kriege ich jetzt nicht rein. Dann war ich noch eben bei DM. DM. Es ist, es ist mein Untergang, dass ihr Essie habt. Ich meine, es ist ja cool, dass, dass Essie jetzt bei DM ist. Aber ich kann nicht in den DM ohne einen Essie-Lack mitzunehmen. Das ist wirklich, ähm, das Witzige ist nämlich, äh, Douglas hat ja auch Essie-Lacke und die kosten ja auch genauso. Aber da kaufe ich Mini-Ein, also immer nur bei DM. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine, so eine Kopfsache ist, weil DM Drogerie ist und man denkt, okay, da kaufe ich mir nicht ein. Dann kauft man eher einen, da hat man nicht so ein schlechtes Gewissen, als wenn man jetzt einen Essie-Lack für den gleichen Preis bei Douglas kauft. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und das ist der Mesmerize oder so, keine Ahnung. Der war bei den Blautönen, ähm, aber in einer anderen Reihe, weil da, wo der stehen sollte, waren irgendwie alle weg. Und ich fand den so cool, so ein richtig geiles, cooles Blau. Ja, so blau, blau. Ja. Richtig, richtig cool. Ich suche immer nur so ein richtig cooles, ähm, Jeansblau für die Nägel. Und, ähm, ich habe halt so nichts gefunden. Aber ich finde, das ist schon eine ganz, ganz geile Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Keine Ahnung. Ja. Den habe ich mal gekauft, weil ich liebe, 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 liebe die Essie-Lacke jetzt. Also früher gar nicht, aber jetzt liebe ich sie. Also heute habe ich auch wieder den Tarte-Deko drauf. Den habe ich ja auch schon zweimal jetzt lackiert. Und auch eine richtig coole Sommerfarbe. Der Zahnarzt hat mich auch drauf angesprochen. Ach ja, und wenn ihr fragt, woher der Ring ist, den Ring habe ich mal von I.M. I.M., I.M., I.M. Ich glaube, I.M., I.M. Oder Six. Ja, keine Ahnung. Ist halt so ein Schleifchenring. Ja, und dann habe ich noch Handschuhe gekauft. Das sind, ähm, Qualitätshandschuhe für Friseure aus Latex in drei verschiedenen Größen. Small, Medium und Large. Ja, weil ich meine Haare wieder mal tönen möchte, es kommen ja doch schon einige graue Haare zum Vorschein. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne, mit fast 31. Und färben will ich es auf gar keinen Fall mehr, weil die ja jetzt schon echt wieder gesund sind und rausgewachsen. Und ja, aber trotzdem möchte ich gerne ein bisschen Farbe haben und habe mir so einen mittelbraun, dunkelbraun geholt. Und ich hole das ja immer beim Friseurbedarf, zum Selbermischen, weil ich immer nichts so von der Drogeriefarbe halte. Und, ähm, ja, weil da waren keine Handschuhe bei. Und dann habe ich mir jetzt so ein Paket geholt. Das sind, was sagt die, glaube ich, fünf Paar. Ja, fünf, also zehn Handschuhe gleich fünf Paar. Und das sind richtig stabile. Die, äh, nimmt man nicht nur einmal. Und die haben, glaube ich, vier Euro gekostet. Ja, die habe ich mir gekauft. Ja, das wär's. Reicht ja auch, ne? Ähm, also habe ich euch letztens erzählt, dass ich mir die Mascara gekauft habe. Und zwar von Essence, die Get Big Lashes Volume Curl. Also ich finde die jetzt nicht so toll wie meine, ähm, I Love Extreme. Also die trennt zwar richtig gut, aber dass sie jetzt, äh, Volume Curl macht, das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Jo, dann wär's jetzt jetzt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Tschüss!